Wer irgendwie Edda Schönherz beispielsweise hilft, ist auf der schwarzen Liste, ist ja logisch. Dann hat sich hier noch jeder aufgeregt, weil sie ja von der CDU ist. Und ich war ja früher mal kurzzeitig auch eine Zeit lang bei der SPD. Ich habe mein Parteibuch zurückgebracht und gesagt, den Scheiß könnt ihr alleine machen, ohne mich. Wir sind ja lauter, wir bei der NSDAP bei euch. Das ist ein Wahnsinn. Auch wie die mit den Leuten untergehen, mit den eigenen Leuten. Ich habe nicht einmal eine Einladung gekriegt zum ASF. Der Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen. Da pfeife ich da scheiße ich einen riesen Haufen drauf. Ja, Herr Hubertus Heil. Können Sie gerne mal zuhören, wie es hier zugeht vor Ort. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn ist das. Die Leute untereinander. Mir hat auch nicht gesagt, mich hätten sie am liebsten gekreuzigt, weil ich ein Verräter war. Weil ich mir gehe die AWO und gehe einen eigenen Chef praktisch gewählt. Ja, den habe ich auch noch gewöhnt. Habe ich mir da noch gedacht. Was für Schweine. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die haben ja alles kaputt gemacht. Nicht nur die. Und dann haben wir das andere, haben wir dann auch noch dabei. Na, fröhliche Mahlzeit. Ihr werdet noch was erleben alle miteinander. Ihr werdet euch noch sehr wundern alle. Mhm.